Liebe Freunde, was läuft hier weiter? Bei meinem VE-Turan müssen hier wieder Pneus aufgezogen werden. Beim VE-Turan habe ich am 18. November die Winterräder aufgezogen. Jetzt habe ich verwirkt in der Werkstatt. Drei Mann arbeiten an meinem Auto. Liebe YouTube-Freunde, was läuft hier beim Bauerhaus? Das Wetter hat gewendet. Minus 4 Grad. Sechs Tage später habe ich beim Zitrin Berlingo zwei neue Winterräder. Jetzt wird bei meinem Zitrin Berlingo hinten neue Winterräder aufgezogen. Der Temperaturwechsel. Die Temperatur ist gefallen. Wir haben heute Minus 4 Grad gehabt am Morgen. Ja, jetzt bekommt der Bauerhaus eine Espresso spendiert. So, es ist schnell gegangen. Ich habe jetzt vorne zwei neue Winterknöse und die vorderen Räder sind nach hinten genommen worden. judgement. Varnier wieder nach Hause. Scheiße.